Hallo und herzlich willkommen zurück bei American Truck Simulator. Ja, heute schauen wir mal nach den Aufträgen und entscheiden, ob wir die annehmen oder nicht. 1600 Kilometer. Ich wusste es, irgendwann kommt das. Ja, Problem dabei ist, es sind drei Waggons. Andererseits würde ich gerne mal die drei Waggons ausprobieren. 1600 Kilometer. Ich denke mal, das wird richtig katastrophal, ne? Hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Aua. Ich bin verrückt. Ich nehm's an. Ähm, who the man, ne? Ja, who the man. Who the man. Who the man, who the man. Who the man, who the man. Oh, oh. Wo war denn das nochmal? Ich wünsche euch wieder eine gute Unterhaltung auf meinem Kanal. Heute mal ohne Facecam, weil ich nicht weiß, ob meine Tochter mal auf Toilette muss. Wir fahren erstmal die Ware abholen und danach könnten wir uns um den Schlaf kümmern auf dem Weg. Achso, müssen wir nicht noch was zurückzahlen? Moment, kurz mal auf die Bank. Achja, hier die 10.000. Jetzt haben wir mal zurück. Sehr schön. Der Rest wird automatisch abgebucht. Wie? Ich soll erst da hinten lang und dann soll ich... Oh mein Gott. Das sind für komische Schlängelfaden. Was soll der Quatsch? Komm ich da rüber? Geht das? Ja. Wieso macht man das mit mir? Hä? Ich verstehe es nicht. Habe ich irgendwie irgendwas verpasst? Eine 1-0-Ausfahrt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, ne? Ja. So, sind gleich da. Sehr schön. Ah, ich sehe die Bestellung von vor mir. Aber wir nehmen schon mal an. Genau. 7.000. Hahaha. Das wird lustig. Seid ihr auch gespannt wie ich? Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich muss auch irgendwie da ran, ne? Also Musiker von der Seite ran. Ist natürlich ein bisschen blöd gemacht. Aber... Es ist eine geile Herausforderung. Ich freue mich jetzt schon drauf. Es müsste eigentlich so klappen. Ja. Halt mir schon so gedacht. So. Dann wollen wir mal. Mit drei Anhänger. Hahaha. Mit drei Anhänger. Wenn ich mal... Wenn ich mal unterwegs schweige, dann spule ich vor. Wenn ich wieder rede, dann ist... ne? dann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da muss ich aber wirklich gucken. Oh mein Gott. Das wird heftig. Das wird heftig. Mit drei Anhänger. Ach du Scheiße. Hahaha. Das hatte ich noch nie. Das ist mein erstes Mal. Tut mir leid. Wenn ich mal irgendwie... Kacke... ne? Ausfalle. Oh man muss sehr doll ausholen. Man muss sehr doll ausholen. Ja. Man muss hier wirklich aufpassen. Ach du Scheiße. Oha. Das wird heftig. Das wird richtig geil heftig. Ich liebe es jetzt schon. Huh. Nein. Geh weg hinter mir. Oha. Ah. Ich werde jetzt die zwei Spuren für mich beanspruchen. Das Problem dabei ist... Der Typ ist auch noch müde, ne? Ich hoffe da passiert nichts. Ich muss nämlich irgendwie so schnell wie möglich zum Parkplatz kommen. Weil ich keine Lust habe, dass irgend... irgendetwas kaputt geht. Bei der ganzen Sache, ne? Ich schau mal kurz auf der Karte. Nicht erschrecken. Okay. Wir müssen ja eigentlich... Ah shit. Oh boy. Ich muss da rein. Es wird ein Weilchen dauern. Bis wir da sind. Aber ich muss da rein. Ich muss da rein. Auch wenn es kacke ist. Ich muss da rein fahren. Ich muss da rein fahren. Na ja ich muss hier ja schon doll aufpassen. das wird katastrophal ich entschuldige mich schon mal dass ich mich daran oder er doch ich komme bitte nicht halt die augen offen solange parkplatz nicht da ist kann ich auch nicht parken also halt die augen offen reißt sich am zippel trinken energy oder so mir egal von holy am besten konzentration konzentration ich musste zurückfallen lassen ich musste das wird hart das wird richtig lange dauern halt die augen offen ist das hier schon ich habe extra gebremst war doch weiter hallo bist du nirgends knusper hat doch nicht einfach ja doch kammer okay ich kann mal sind wir schon da nein müssen noch einen weiter gott sei dank nur vorne ich hoffe wir schaffen das hier ich sollte zwischendurch mal speichern komm machen wir mal zwischendurch immer speichern immer so oft wie es geht wir sind gleich am parkplatz oh 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 weißt du da ja hey drei anhänger voll geil gefällt mir Hatte ich noch nie Also ist das unser erstes Mal Und ich glaube Danach nicht nochmal Das ist hier ganz schön Kritisch Was? Was? Nein, ich kann jetzt nicht What the fuck Ah Habe ich jetzt irgendeine Einfahrt verpasst? Ich hoffe nicht Ach da hinten ist der Parkplatz Sehr schön Äh ja Nein Keine Route Ich weiß wo ich hin muss Ich frage mich Ob die Musik okay ist Sehr schön Freut mich Halt die Augen offen Die sind gleich beim Parkplatz Die haben es nicht mehr weit Und wenn wir es gut anstellen Können wir auch noch unseren LKW reparieren Während der Fahrt Nein Scheiße Bist du bescheuert Ich wusste es Ich wusste es Es wird passieren Dieser Typ Ich hasse ihn jetzt schon Du wirst aber jetzt mal am Riemen reißen Und mit mir jetzt da reinfahren Wir haben drei Anhänger Denk dran Wir müssen das hier schaffen Nein Ich fahre jetzt hier nicht Wer weiß wo Lang Oh oh Das ist ein Problem Junge Frau Das ist ein Problem Nein Ich mache jetzt keine Kehrtwende Ich muss hier durch Lass die Augen offen Ich boxe dich weg Junge Ich boxe doch schon Erstmal zur Werkstatt Dann kurz Heya Heya Komm mit Komm schon Hier Kurz dran Reparieren Alles in einem Wir schaffen das Es wird nur eine Weile dauern Bis wir die Folge beenden können Es tut mir leid Ich sag es schon mal im Voraus Es tut mir leid Nein Was stimmt mit denen nicht Was stimmt mit denen nicht Okay Mutter aus Schlafen Sehr schön Es könnte eine Nachtfahrt werden Es ist halb sechs im Spiel Es könnte eine Nachtfahrt werden So jetzt muss ich mal gucken Wo ich reinfahren kann Wegen Nicht Fahrrad Wegen Tanken Da Da ist die Tanke Sehr schön Puh Wenigstens gehen die Augen nicht mehr zu Das ist gut Wir haben gerade Wir sind gerade Gut Oh Ist das eine Dämpse Ich hab extra Fenster zu dem gemacht Dass die Wärme draußen bleibt In der Hoffnung Dass hier drinnen Kühler wird Ich muss noch kurz am Tower gucken Tower ist leider warm Trotz Wasserkühlung Ah ja Ich hab mir sagen lassen Dass Wasserkühlung Besser ist Als Normale Kühlung So Jetzt müssen wir hier rein Und da hinten raus Sehr schön 1400 Kilometer Von 1600 Wir haben gerade mal 200 Kilometer erreicht Gerade mal Andere machen noch viel schlimmere Folgen Als ich Also ziehe ich das Ganze hier mal durch mit euch In einen Schrutsch Ne Und wie gesagt Wenn ich nicht mehr rede Dann wird vorgespult Wenn ich wieder rede Dann Nicht mehr Das könnte kritisch werden Schaff euch daran vorbei Oh Macht doch so ne Scheiße nicht Junge Habt ihr das gesehen Die KI ist dumm Schon wieder mal Die beweisen es immer wieder Dass sie dumm sind Immer wieder Nicht gucken Wer neben einer ist Ne Oder hinter Die gucken nicht Die fahren einfach drauf zu Die Hunde Aber ey Ich geb mir Mühe schneller zu fahren Ja Am Ziel zu kommen Aber das Problem ist Ist nicht immer so Leicht wie man Denkt Ah Okay Ich konnte nicht erkennen Ob er nun da rein wollte Oder nicht Also Manche blinken Manche nicht Sehr fies Okay Oh, Alter. Alter. Heike noch mal Glück gehabt. Dass das nicht in die Hose ging. Ich war sowas von konzentriert, sorry. Oh, hey, wir schaffen das schon. Mal ein bisschen vom Gas geben. Ich versuche zumindest so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Also es kann dauern, als man denkt. Da ist schon die KI dumm. Oh, der KI guckt nicht mal. Sag ich doch. Die sind dumm. Die fahren einfach aufs Ziel hinaus. Aber Beweis Nummer 2 oder so. Ja, klar. Schick mich, wer weiß wohin. Ähm. Hallo, ich sehe nichts. Was? Wo muss ich denn hier rein? Da. Ach. Natürlich. Natürlich, Mr. Freeman. Natürlich. Aber wir können auch gleich hier nochmal parken. Machen wir auf. Kurz mal hier parken, oder? Kann ich auch an der Seite? Also hier rechts will ich ungerne rein. Aber wenn nur das angeboten wird, was man kriegt, dann muss man das annehmen, was man bekommt. Oh Gott. Ich wollte parken. Oh, tipps doch nicht, ey. Wie das Game, ne? Das darf nicht wahr sein. Es will unbedingt, dass ich hier irgendeine Scheiße baue, ne? Ja. So. Acht Stunden. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Morgens um vier? Ja, ist okay. Ah. Morgens um sechs, oder? Hat der einen langen Schlaf? Der hat ja echt einen langen Schlaf. So. So. Komm ich hier auch gut raus? Ach, mach ich jetzt hier einfach. In der Hoffnung, dass da nix kommt, ne? Das ist aber klar. So. Dann geht's. Ah. Mach die Augen auf, Junge, und bremse. Hö, 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 Hö. Er bremst da nich. Er hält da einfach drauf zu. Sauerei. Tausend Kilometer noch, ca. Wir sind gerade mal bei fast 30 Minuten, ja. Und wir haben es immer noch nicht weit geschafft. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Ja, und so lange wie die Fahrt geht, seht ihr auch, die kriegen auch Geld durch Mitarbeiter. Das ist doch ganz gut, ne? Danke schon. Okay. Heiz, stop. Bremsen. Der Kollege neben mir hier ist ein bisschen steil, ne? Deswegen sind die Fahrten auch so geil. Nein, natürlich nicht. Ach, echt jetzt? Oh, 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 oh. Der hat beinahe Schiefhaus, ja? Oh, 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 oh. Ich habe da jemanden mitgerissen. Oh, oh. Das ist ungeil. Lass mich vor, lass mich vor. Ich habe heiße Ware. Lass mich durch. Heiße Ware. Willkommen beim Drohnen-Kartell 2.0. Bitte nicht. Oh, fuck. Ich wusste es. Doofe Drecksau. Er fährt einfach da rein. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Unhold. Ja. Ganz stark ausgedrückt. Oh, hey. Mal kurz hier rein, ja? Oder kusch dich mal nach hinten. Pkw. So. Muss ich, äh, nö. Wiegen muss ich nicht. Sehr gut. Also, warum ist da immer noch Wiegestation grün? Hä? Warum ist die ganze Zeit Wiegestation da? Geh weg. Hab keine Zeit. Für dich. Was? Was? Das kann nicht angehen, ne? Immer wieder muss ich hier Fahrzeuge rufen. Mann. 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 Kollege. Kollege. Was? Was? Ja, auch noch wie jetzt schon viel zu lange. Alles nur wegen dir da vorne. Gesamtgewicht 40 Tonnen. Ja, das ist mir egal. Hopps, ja. Ich komme an. Ein Bus. Es ist einfach, man muss ein Bus wiegen. Wie schwer die, äh, wie schwer die Leute da drin sind, oder was? Bus wiegen. Ah, geh weg. Du falscher 50er. So, ähm, ja, wie es aussieht, äh, 950 Kilometer, und das bei 32 Minuten, ist, äh, schon sehr heftig, ne? Äh, ja. Ja, ich glaube, das könnte sehr lange dauern, bis wir endlich am Ziel angekommen sind. Ja. Es wird dauern. Einfach so, Moment. Ätiu, 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 ätiu. So, schon viel angenehme Hauler. Da muss man nicht immer so laut sein. Yeah. Uh, ha. Uh, 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 ha. Hui, 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 hui. Das ist nicht so falsch, Jan. Oh mein Gott. So, let's go. Geradeaus, 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 geradeaus. Na, ob wir die 150 erreichen? Kann man, ne? Dass wir schneller ankommen. Momentan ist immer noch geradeaus. 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 und wieder einmal die wie gestation ruft ich weiß gar nicht was ein problem ist aber ja wir sollen hier wiegen wieder mal obwohl ich keine lust darauf habe ach so was ist ja nur ein prozent aufliegerschaden was ist ein problem warum muss ich dafür geld blechen das darf doch nicht wahr sein der sheetet ja der zieht mir einfach geld ab weiß ganz genau dass ich genug habe noch noch ich 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 Entschuldigt, dass ich so lange nichts sage, aber wir haben noch 500 km vor uns und ich wüsste nicht, was ich die ganze Zeit mal erzählen sollte. Von daher weiß ich auch keine Themen, die ich erzählen soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Spaß an der Fahrt. Auch wenn mir mal ab und zu die Augenglieder runterknallen, wenn ich nichts sage. Also, ja, hm, was könnte man überhaupt erzählen? Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man einen LKW fährt, weiß man nie, was man so wirklich erzählen sollte, wenn überhaupt. Die meisten spielen das Spiel ja live und erzählen nur das, was im Kommentar steht. Also, wenn Kommentarfragen sind, dann kann man die ja alle beantworten in aller Ruhe. Aber ansonsten, so einfach ohne, ohne, ohne Kontext wüsste ich nicht, was ich, was ich sagen soll. Keine Ahnung. Na ja, ich fange einfach mal an, hier Fragen zu stellen, ne? Und mich zu fragen, wie zum Beispiel Parteien, ne? Also, es sind Parteien dafür da, um zu wählen, die man haben möchte, ne? Die Parteien geben ihr Recht, sagen das, was sie sagen wollen. Und zwar das Richtige, weil es geht ja um Deutschland, ne? Gut. Was ich nicht verstehe, warum wird die AfD teilweise, oder meistensfalls, im Internet falsch interpretiert, äh, interpretiert, äh, interpretiert, ihr wisst schon. Warum werden sie falsch informativ rübergebracht? Warum erzählen die da was? Von wegen hier AfD, äh, Dings hier, äh, Nazi-Schweine, oder sowas. Warum wird das so behauptet? Das ist doch totaler Quatsch, was ihr da erzählt. Die wollen auch nur das Beste für Deutschland. Oder sehe ich das falsch? Ha, ha. Ich verstehe es manchmal nicht, ne? Die erzählen hier ein Schwachsinn im Internet über der AfD. Das darf doch nicht wahr sein. Selbst die andere Politik, die gegenwärtige Politik behaupten, irgend so ein Müll im Internet über die AfD, was gar nicht so stimmt. Ich verstehe es nicht. Überhaupt nicht. Hm? Was ist, äh, los mit euch? Ich verstehe es manchmal nicht. Echt? Ich verstehe es nicht. Und, äh, das dieser Aufruhr und Blödsinn soll. Pauline Ohnnoch behauptet, damals behauptet, beim ersten Mal, wie, äh, das erste Mal einer von der AfD die Stimme erhoben hat, mit dem, was die scheiß Ampelregierung macht, ein Blödsinn mit uns. Ne? Das, was hier in Deutschland abgeht mit der Ampelregierung, die kann man in eine Tonne treten. Wer zum Henker, wer zum Teufel hat diese bescheuerte Ampelregierung gewählt? Ich garantiert nicht. Absolutes No-Go. Ja, was hat man von der Ampelregierung? Erhöhte Preise. Mhm. Die Steuern einbeziehen, also sich einbehalten und sich damit einen Bund machen und drei Düsenjets, äh, ne, Flugzeuge, teure Flugzeuge liegen. Jeder seinen eigenen Düsenjet. Oder was? Was ist denn der Quatsch? Ja, dafür zahlen wir Steuern. Mhm. Und nicht nur das. Die Ampelregierung steckt die Ukraine noch mehr Geld in den Arsch. Noch mehr in den Rachen, als sie schon besitzen. Für was? Wozu? Anstatt die Ukraine und die Russen sich zusammensetzen und eine Lösung finden und nicht wie einfach sich gegenseitig bekriegen. Ihr wisst, Krieg bringt nichts. Daraus haben wir jahrelang gelernt in Deutschland. Krieg bringt einfach nichts. Das ist einfach nur Kriegescheiße. Krieg bringt einfach nur Grausamkeit mit sich. Tod und Verzweiflung. Das wurde jahrelang in den Spielen wieder belegt. Krieg bringt nichts. Ist bei jedem Spiel so, ist auch die Realität und es geht so. Nix ablos MMOs und, äh, ja, Shootergames. Wo sich alle gegenseitig beshootern. Sag ich mal. Na gut, PvP-Shooter hat nichts damit zu tun. Ja, ist okay. Da ist nur, um dein Können zu beweisen, dass du der Beste bist. Blablabla und so weiter und so fort. Und dann sitzt da irgend so ein Hacker im Hintergrund und zieht überall die Fäden und macht das Spiel schlecht. Nice. Krieg ist nicht nur äußerlich, auch im Internet vorhanden. Also, lass es einfach. Auch wenn die Hacker mich nicht hören oder so, sag ich trotzdem, wenn ihr das hier seht und hört, lass es. Arm, Reichtum und Macht. Mhm. Lass es einfach. Sagen wir mal so, dass meine persönliche Meinung, egal wer regiert, die sind alle scheiße. Es gibt Vor- und Nachteile bei jeder Regierung, egal wer. Es gibt immer irgendwas zu meckern. Aber was natürlich scheiße ist, ist für die Rentner, dass sie so wenig kriegen. Das habe ich oft genug mitgekriegt. Und durch diese Gelderhöhung, dass sie dadurch noch Flaschen sammeln müssen, ist genauso frech. Und dann habe ich noch gesehen, ihr habt, dass sie das auch noch unterstützen. Dass die das auch noch unterstützen. Mit der Flaschensammlung. Also, das ist doch mehr als peinlich, oder? Das ist doch mehr als peinlich für die Rentner. Hä, wieso muss ich jetzt hier... Oh nein! Habe ich irgendeine Einfahrt, Ausfahrt verpasst? Oh, es tut mir leid. Oh! Warum muss ich so scheiße fahren? Wenn man in ein Thema ist, ne? Dann verlierst man irgendwo abzubiegen. Oh, fuck my life. Sorry, ich muss hier mal kurz rüber. Ist scheiße von mir, ja. Oh Gott. Ich krieg Schaden. Nicht? Ein Ohrschwein, ihr habt's. So, jetzt muss ich gucken hier. Kurz mal ein bisschen konzentrieren. Sorry, ich mute mich mal. So, 195 Kilometer. Ja, nee. Ähm, ernsthaft? Ähm, warum wird die Regierung so schlecht gemacht? Obwohl sie gute Vorsätze haben und wie sie es angehen wollen und blablabla. Ja. Finde ich nicht so gut, wenn man dagegen applaudiert und irgendeine Scheiße labert, obwohl man es selber nicht weiß. Wenn man keine Ahnung hat und das selber nicht weiß, dann halt doch endlich mal deinen Mund. Das, äh, ist halt so, ne? Typisch Mensch. Oh, naja. Gut. Anderes Thema. Jetzt, äh, hier, ne? Weil da ist im Spiel. Ähm, ja. Konzentrieren jetzt hier, wie dann, ähm, Spiel. Ähm, weil ich mich darüber nicht aufregen will und... ...ich auch selber nicht verrückt machen will, mich. Ich will mir hier nicht kaputt machen. Gegenüber diesem Blitzender, was hier gerade abgeht. So, wir können gleich abbiegen. Und zwar jetzt rein da. Komm. Genau. Sehr gut. Renni schwingt. Mit dem Schwengel-Greuz. Äh, 1% Schaden. Und dann haben wir Abzug dafür bekommen. Gegen 1% Auflieger-Schaden. Also ich muss sagen, ich fahre jetzt irgendwie besser, als wenn ich andauernd mit euch rumeile war. Äh, obwohl das eigentlich egal ist, ne? Ja. Äh, hallo? Motor? Nee. Der Motor einfach rausgegangen? Warum? Hä? Der hat doch gar keinen Motor schauen, oder so. Ah. Komisch. Hm. Ich weiß gar nicht warum. Was? Hat ich schon mir irgendwer verpasst? Oh, Moment mal. Nö. Ist doch alles gut. Hä? Das laberte mir die Ohren voll. War doch richtig. Kein Problem, ich tue mir eine neue Route. Ja, im Arsch. Warum hab ich Post? Warum hab ich Post? Warum hab ich Post? Wer will denn da was von mir? E-Mail. Äh, was? Wollen sie mit ihrer Firma expandieren? Äh, was? Warum nicht auf Deutsch? Ja, wehe, Makler. Und mal. Ach, nie. Jetzt kann man Online-Garagen kaufen. Ja, das ist alles, was ich wollte. Endlich. Läuft super bei uns. Ich muss nur hupen. So, dann fangen wir mal das Ding hier zu Ende, ne? Ja. 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 Du bist ja immer weiter. Du bist ja noch隈 legendärer. Ja. Chinesisch. Du bist ja tonight. Du bist übrigens Kraate, du bist ja hier. Du bist ja hier. Ich bin okay. Du bist ja hier neighbour. das hat man schon ewig nicht mehr wie viel wagons kann man haben wir sind gleich am ziel da da können wir ja zusammen hinfahren hallo ich stelle mir vor kurz vorm ziel knallt es irgendwo gegen deswegen speichert mal schnell wo uns nicht weiß na da wollte da gerade ich muss auch auf die seite bleiben natürlich ein bisschen ärgerlich dass wir beide auf der seite sind wir müssen geradeaus der wollte auch gerade rechts rein ich habe es genau gesehen der wollte rechts rein aber er ist nicht rechts rein gefahren ist gerade aus dem link so jetzt aber rein hier so hier geht es für mich rein kann ich erst wenn freie ist wow schneller schneller schwer motor abgewirft soll die kacke so kumpel einmal die tür öffnen wir sind endlich angekommen mein arsch glüht mein arsch glüht ja level 25 sehr gut weiter auf zerbrechliche fracht so das war's dann erstmal für diese folge wir haben 200 3000 sehr schön wir haben neue sachen freigeschaltet ach ja das so super das toll und wir können garagen online kaufen nice to one go sehr viele garagen ob wir die alle kaufen können am schluss ich denke mal schon ja wir kennen dann irgendwann geld am mehr okay wir sehen uns dann morgen wieder bei american truck simulator schau mit v tschau mit v euer dieschen tschüss tschüss